Hier sind zwei Punkte gegeben, p und q, und gesucht ist die Gerade, f Doppelpunkt y ist m, x plus t, also die Gerade, die durch beide Punkte geht. Gesucht sind also mein m und mein t. Gut, wichtig ist, dass man sich hier immer x, y unter die Punkte malt, damit man nicht durcheinander kommt. Und weil es zwei Punkte sind, ist es vielleicht sinnvoller x1, y1, x2, y2 drunter zu malen. Und für die Steigung gilt jetzt folgende Formel, m ist gleich, also die Differenz der y-Werte durch die Differenz der x-Werte. Das bedeutet y2 minus y1 durch x2 minus x1. Also diese Dreiecke sind ein Delta, ist eine Abkürzung, Mathematiker sind sehr faule Menschen, eine Abkürzung für Minus. Die Formel kann man einfach anwenden, also m ist gleich, ich habe hier, also y2 ist der Wert. Gut, also eine 1. Dann y1 ist mit dem Minus hier, der Wert. Also Minus, Klammer auf, Minus 1. Weil das Rote ist ja Minus 1. Und so geht es weiter. x2 ist 10 und x1 ist 5. Ist gleich. 1 minus Minus 1 ist 2. 10 minus 5 ist 5. Zwei Fünftel, fertig. Die, ja, jetzt habe ich schon, also ich bin gar nicht schlecht, ja, ich habe, also m habe ich schon. Das heißt, ich weiß schon, f Doppelpunkt y gleich 2 Fünftel x plus t und das t fehlt mir. Und das mache ich jetzt durch Punkte einsetzen. Ich kann hier, ich nehme zum Beispiel diesen Punkt p. x ist ja 5 und y ist Minus 1. Einfach einsetzen. Es ist egal, welchen Punkt, p oder q. Die ganzen Linien mal weg, dass es nicht so unübersichtlich wird. Und dann setze ich es ein. Also Minus 1 gleich 2 Fünftel mal 5 plus t. Das ist der Punkt und das ist dieser Punkt. Und jetzt ist das t noch gesucht. Nach dem löse ich auf. Ein bisschen rumrechnen. Minus 1 ist gleich 2 Fünftel mal 5 ist 2. Plus t, dann das rüber mit Minus. Dann habe ich Minus 3 gleich t gewonnen. Ja, t ist Minus 3. Das Ergebnis, das ich möchte, schreibe ich noch hin. f Doppelpunkt y ist gleich 2 Fünftel x Minus 3. Gut, zum Abschluss will ich diese Formel noch erklären. Dazu zeichne ich das auf, was ich da bestimmt habe. Also ich habe hier eine Gerade und 1, 1. Der y-Abschnitt ist Minus 3. Hier, das da. Das heißt, ich muss verlängern. Ich bin hier nicht tief genug. Ah, mal linear, oder? Gut, also hier, Minus 3, da ist es. Die Steigung ist 2 Fünftel positiv. Also, die schaut dann so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Das ist die Steigung 2 Fünftel. Gut, und die muss ich jetzt nehmen und muss sie hier so dran setzen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Da ist die Steigung 2 Fünftel. Genau. Da bin ich hier richtig. 2, 4, jawohl, da bin ich richtig. Gut. Bin hier nochmal richtig. 2, jawohl. Das ist schon weg damit. Dann habe ich mehr Platz. Gut. Die Punkte nochmal. Das war ja der Punkt 5, minus 1. Und 10, 1 hier. Ähm, P. P, 5, minus 1. Q, 10, 1. Wenn ich das Steigungsdreieck hier hin male, dann habe ich hier meine 2 Fünftel. Und die 2, jetzt, wenn ich hier die x-Achse verlängere. Die 2 ist die Differenz von 1 und, ja, nicht, dass ich habe den 10er markiert, da bin ich. Hier. 1 und minus 1. Also der Unterschied hier zwischen, hier habe ich 1, hier habe ich minus 1 und der Unterschied ist 2. Bei x ist es dann genauso. Ich habe hier 10 und 5. Das heißt also, hier ist der 10er, hier ist der 5er und die Differenz ist 5. So kommt diese Formel zustande. m ist also die 1 minus, schöner, minus, minus 1 durch die 10 minus 5 gleich 2 Fünftel. Also Differenz der y-Werte, Delta y, ja, jetzt wird es unübersichtlich. Aber hier schreibe ich es nochmal hin. m ist die Differenz der y-Werte durch die Differenz der x-Werte. Gut. Gut. Gut.